Das Ganze heißt nicht mehr GEZ, sondern nennt sich dann ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice. Es ist folgendermaßen, dass wir natürlich trotzdem bezahlen müssen. Und zwar wird es nicht mehr wie früher pro Person abgerechnet und pro Gerät und oder pro Gerät, sondern wir dürfen jetzt einfach pro Haushalt bezahlen. Und zwar sind das um die 18 Euro, 17,88 Euro oder 63 wird es wohl voraussichtlich sein. Also sagen wir einfach mal 18 Euro im Monat. Und wie gesagt, das Ganze pro Haushalt. Das hat natürlich einen Vorteil für diejenigen, die mehrere Geräte bei sich zu Hause betreiben, also für den Fernseher, 18 Radios, wie auch immer. Für wen sich wirklich was ändert, ist für all die, die bisher nicht gezahlt haben, weil sie gesagt haben, sie haben kein Radio oder sie haben auch keinen Fernseher. Sozusagen die absoluten Mädchenverweiger. Der Beitrag von diesen, wie gesagt, knapp 18 Euro wird definitiv entrichtet werden müssen. Pro Haushalt. Also man kann sich leider Gottes nicht mehr verweigern und sagen, nö, ich schaue kein Fernsehen. Es gibt ja genug Leute, die das machen, das weiß ich. Aber wie gesagt, das ist leider Gottes nicht mehr drin. Menschen, die bisher befreit waren von der GEZ durch eine Behinderung, müssen zum Teil jetzt auch bezahlen. Wir müssen zahlen, die 18 Euro, egal ob wir jetzt ein Fernsehgerät zu Hause haben oder nicht, oder auch wenn wir kein Radio haben, wir müssen bezahlen. Wir müssen zahlen, die 18 Euro, egal ob wir jetzt ein Fernsehgerät zu Hause haben oder nicht, oder wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen zahlen, die 18 Euro, egal ob wir jetzt ein Fernsehgerät zu Hause haben oder nicht, oder wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, auch wenn wir kein Radio haben, wir müssen bezahlen, egal ob wir jetzt ein Fernsehgerät zu Hause haben oder nicht, egal ob wir jetzt ein Fernsehgerät zu Hause haben oder nicht, egal ob wir jetzt ein Fernsehgerät zu Hause haben oder nicht, wir müssen zahlen, wir müssen zahlen, auch wenn wir kein Radio haben, auch wenn wir kein Radio haben, auch wenn wir kein Radio haben, wir müssen zahlen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, Das Thema ist zu Ende. Das Thema ist zu Ende.